Der VfL Bochum konnte einen hochverdienten und befreienden Sieg im Abstiegskampf gegen die TSG Hoffenheim feiern, den ich in diesem Video taktisch analysiere. Als Grundordnung hat man aus einem 4-4-2 gegen den Ball heraus agiert. Allerdings sah man das so wie hier erst selten, da man die Hoffenheimer mannorientiert und extrem intensiv angelaufen ist. Die haben es in dem Spiel in einem 4-3-3 aufgebaut, rechter Schienenspieler Kaderabek ist hochgeschoben und dann hatte man ein 3er Mittelfeld mit Grammaritsch noch dazu. Und die Bochumer haben es eigentlich immer in der gleichen Ordnung zugestellt. Einziges Problem war, dass der Rechtsverteidiger Passlack meistens einen langen Weg hatte, um dann den linken Verteidiger von Hoffenheims Go anzulaufen. Dadurch hatte dieser meistens etwas mehr Zeit am Ball, konnte die aber nicht wirklich nutzen. Die anderen Mitspieler waren meistens schon direkt zugestellt. Er wurde dann von Passlack attackiert und generell hat sich Hoffenheim extrem schwer getan, vor allem zu Beginn der ersten, aber auch der zweiten Halbzeit. Da hat Bochum wirklich extrem intensiv attackiert und die Hoffenheimer haben da auch keine Lösungen gefunden. Extrem wenig rotiert, je nachdem was mal Grammaritsch, der etwas tiefer sich fallen lassen hat. Aber ansonsten war das echt zu wenig und Bochum kam dann meistens entweder direkt zu Ball gewinnen oder sie haben die Hoffenheimer so weit nach hinten getrieben, bis sie zurück auf Baumann gespielt haben, der dann den langen Ball gespielt hat und dann war es halt ein 50-50-Duell, wer den Ball gewinnt. Beziehungsweise mit dem Fight, wie Bochum gespielt hat, war die Chance, dass die den Ball bekommen, meistens sogar eher größer. Nichtsdestotrotz hat diese Herangehensweise gegen den Ball auch immer eine Gefahr mit sich gebracht, denn so haben wir hier beispielsweise eine Situation, Passlack schiebt wieder als Rechtsverteidiger vor aufs Go. Daraufhin lässt sich Bayer von Hoffenheim ganz raus auf den Flügel fallen, zieht Ordez mit sich mit und kreiert da einen großen Raum. Man sieht jetzt hier nicht ganz, wo die sind, die sind ganz außen. Da ist ein großer Raum, den Hoffenheim bespielen könnte, schaffen es aber nicht. Oder wie in der Situation hier, ebenfalls eine vielversprechende Situation, weil Bayer Ordez ein bisschen weggezogen hat, aber sie verteidigen es dann einfach gut weg, Schlotterbeck grätscht hier noch dazwischen. Mit Ball hat Bochum meistens in einem 4-3-3 agiert oder eher ein 4-1-2-3, wobei man dann vor allem im Aufbau klar in zwei Mannschaftsteile unterteilt wurde. Einmal den 4-1-Aufbau hinten und dann die 2-8er und die drei Offensivspieler vorne. Und in 90% der Fälle hat man dann eben den langen Ball nach vorne gespielt, da dann den Ball behauptet, je nachdem war auch gut aufgestellt auf zweite Bälle. Und so kam man ins letzte Drittel, dann entweder über lange Bälle aus dem eigenen Ballbesitz oder über Ballgewinne, wenn der Gegner den Ball hatte, weil man da wirklich sehr viele hatte. Ich habe selten so viele Ballgewinne gesehen von einer Mannschaft. Da war Hoffenheim auch schlecht, aber Bochum hat auch gut gepresst. Und die Chancenkreation erfolgte dann meist so, dass man eine Seite überladen hat, meistens die linke. Vor allem Stöger war da natürlich extrem wichtig als Spielmacher, der alle Freiheiten hatte, der auch mal die rechte Seite überladen hat. Der hat wirklich das Spiel an sich gerissen, wie eigentlich bei jedem Bochum-Spiel und war wieder herausragend, wie wir auch gleich noch bei den Toren sehen, die wir dann auch noch einzeln besprechen werden. Hier sehen wir das auf jeden Fall, linke Seite wird überladen. Sogar der Rechtsverteidiger Passlack ist da links dabei. Also man hat es auch extrem eng gemacht und auf engem Raum ausgespielt und dann meistens auch die Flanken ins Zentrum geschlagen. Da hattest du dann aber auch zwei Zielspieler meistens, sowohl mit Hofmann, aber auch mit Proszynski. Und hier sehen wir das Gleiche nochmal. Also das war schon ein klares Muster, das man so immer wieder genutzt hat. Betrachten wir jetzt mal die Tore von Bochum genauer. Das 1 zu 0, da war es ein langer Ball von hinten heraus. Den zweiten Ball hat Achter Bero gewonnen, trippelt kurz an, schickt Proszynski in die Tiefe. Der scheitert erstmal am Baumann, aber entscheidend ist dann, dass man mehrfach nachsetzt. Erst hier, da bekommt man ihn nicht, dann macht Stöger so ein bisschen Druck. Dann ist es aber Wittek, der den Ball gewinnt und auch den Freistoß herausholt. Den Stöger dann wirklich herausragend verwandelt, kann man nicht besser schießen. Aber vor allem entscheidend war, dass man immer dran blieb und die Gegner immer unter Druck gesetzt hat. Und ich mag die Parole nicht, wenn man sagt, dass eine Mannschaft es einfach mehr will. Die hat ja der Sohn-Kommentator nämlich gebracht. Aber in dem Fall war es halt wirklich der Fall über das komplette Spiel. Und insbesondere bei dieser Szene, die eben mit dem 1 zu 0 das Spiel auch in eine klare Richtung lenkt. Wobei Bochum so viel Druck gemacht hat, dass das Tor vielleicht gar nicht so entscheidend war. Nichtsdestotrotz war es extrem wichtig. Aber wir schauen auch nochmal auf das 2 zu 0 kurz vor der zweiten Halbzeit. Da überlädt man wieder die linke Seite, ganz klar. Und ich habe auch hier nochmal Rechtsverteidiger Passlack hervorgehoben, der eben nicht die Breite besetzt, sondern genau in der Mitte des Spielfelds steht. Aber ich glaube die Positionierung ist gar nicht mal unbedingt so gedacht, dass er dann im Ballbesitz da viel hilft. Sondern einfach, falls man den Ball verliert, dass man schnell und gut ins Gegenpressing gehen kann. Da dann einfach die Distanzen zu den Gegenspielern viel kürzer sind. Und man auch für mögliche Konter des Gegners besser gestaffelt steht. In dem Fall ist Broschinski mal links dabei. Der wird in die Tiefe geschickt und bringt dann von der Grundlinie die Flanke auf die rechte Seite. Passlack läuft durch aus der tiefen Position heraus. Zieht Grammaritsch mit sich mit. Sko springt unter der Flanke durch. Und da ist halt eben auch entscheidend, wäre Passlack schon ganz da vorne gewesen. Dann hätte Skoin wahrscheinlich einfach gedeckt und hätte das wegverteidigt. So zeigt das mal wieder, wie wichtig es ist, mit Dynamik in eine Situation reinzulaufen. Passlack macht das. Und dadurch, dass er eben Grammaritsch mit sich mitzieht, der halt einfach ein Offensivspieler ist. Und das extrem schwach verteidigt, kann er dann das 2 zu 0 erzielen. Grammaritsch kann zwar vielleicht mit Ball in einer tieferen Position auch mal im Mittelfeld spielen. Aber gegen den Ball ist es halt viel zu wenig. Und genau das hat man in der Situation auch gesehen. Zur Halbzeit hat Matarazzo auf Seiten der TSG ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel hat er es flacher aufgebaut. Kadarabek dann meistens etwas tiefer positioniert, wodurch sie noch mehr Spieler im Aufbau hatten. Und dann von Bochum dementsprechend noch mehr Spieler vorne drauf gehen mussten. In dem Fall eben auch noch Linksverteidiger Bernardo. Und vor allem hier sieht man auch den Nutzen dessen. Hier hätte man eine 3 gegen 2 Situation gegen die beiden Innenverteidiger. Aber das Problem war, dass man meistens gar nicht so weit kam, weil es Bochum wieder extrem gut verteidigt hat. Vor allem nach der Pause hat man gemerkt, die haben wieder Kraft. Und das hat man dann auch auf dem Feld gesehen. Wieder viel mehr Ballgewinne und dementsprechend dann auch viel mehr Aktionen nach vorne. Waren viel gefährlicher wie die Hoffenheimer schon in der ersten Halbzeit. Aber vor allem dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Hoffenheim hatte auch dann des Öfteren noch Krillic ins Mittelfeld vorgeschoben. Der ja eigentlich zentraler Innenverteidiger war. Aber auch das hat erstmal nicht allzu viel gebracht. Und ich habe gerade schon das Verteidigungsverhalten von Hoffenheim in Person von Grammaritsch kritisiert. Hier beim 3 zu 0 mache ich das jetzt mal mannschaftlich geschlossen. Da üben vier Hoffenheim-Spieler Druck aus auf Bernardo und Wittig auf der linken Seite von Bochum. Bernardo überspielt das dann aber einfach mit einem langen Ball. Entscheidend ist auch, dass Wittig hier tief ist. Dementsprechend ist vorne etwas mehr Platz. Und genau den attackiert auch der Spieler des Spiels, Kevin Stöger. Profitiert auch davon, dass Bero hier einen weiteren Hoffenheim-Spieler bindet. Dementsprechend ist Stöger durch. Hat natürlich nicht unbedingt das Tempo. Jeder würde denken in der Situation, dass er jetzt den Abschluss sucht. Aber er macht das Unmögliche. Sucht den Pass auf Broschinski. Der nimmt den Ball mit. Scheitert erstmal am Baumann. Aber Stöger hat natürlich das Glück des Tüchtigen. Denn das war er auf jeden Fall in dem Spiel. Und die komplette Saison über. Der Ball fällt ihm vor die Füße und er kann einschieben zum 3 zu 0. Was sich eigentlich schon wie die Entscheidung in dem Spiel angefühlt hat, war es letztendlich nicht. Aber ganz ehrlich, die Hoffenheim-Tore sind geschenkt. Denn Bochum war hier klar überlegen. Und eigentlich kamen die Hoffenheim-Tore beide aus dem Nichts. Und waren vor allem auf die individuelle Qualität von Grammaritsch zurückzuführen. Also alles in allem wirklich ein hochverdienter Sieg für Bochum. Weil sie neben den Toren, deren Entstehung ich jetzt jeweils gezeigt habe, auch noch weitere vielversprechende Chancen hatten. Sowohl nach eigenen langen Bällen, aber vor allem auch nach Ballgewinnen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.